Wir bringen heute ganz live London Fashion Week nach Bregenz. Wir sind super excited, weil die Fashion Week natürlich jetzt gerade erst fertig war und wir haben schon den ganzen Tag und gestern vorbereitet. Wir haben Modelle aus Wien mitgebracht, gecastet, haben schon den ganzen Tag vorbereitet. Wir wollen so ein bisschen zeigen, was die Trends sind im Moment. Wir wollen uns zeigen, was so auf der Straße in London abgeht, was inspirationsmäßig funktioniert und wollen es so ein bisschen mit den Friseuren hier in Vorarlberg teilen. Du verratest mir jetzt, was so die Trends bei den Herren sind im Moment. Die Trends bei den Herren sind definitiv immer noch sehr kurz. Gefädete Übergänge, denn Bart ist natürlich stark immer noch im Trend, ob das ein kleiner Bart ist, ob es ein Vollbart ist. Also wir machen im Moment sehr viele Bartgeschichten und nach wie vor ist es so, dass natürlich das Trend ist für jeden Einzelnen, das was individuell zu ihm passt. Also es ist nicht egal, weil wenn ich die Kopf haben, die Hand zu ihm das so hoch schrauben, die Gliere sind ein bisschen länger und macht das, was mein Ding ist. Das ist sicher sehr, sehr wichtig. Berät mir jetzt, was die Trends bei den Frauen sind im Moment. Im Moment auch wieder wie die ganzen anderen Jahre schon alles, von kurz bis lang. Was sehr großer Trend ist, ist Flechtfrisur in allen möglichen Formen und Pastelltönen. Bei den Damen, die die Haare heller gefärbt haben, wirklich der Granny-Look, das Grau in den Nuancen, Violett, Blau etc. Rosa auch.